Oh! Die kenn ich gar nicht! Alter! Hola und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mortal Kombat X! Oh Gott! Puh! Leute, herzlich willkommen! Wir spielen heute mal wieder gegen die KI und ich dachte mir mal als Thema für diese Folge einfach mal Frauenpower, Jackie Briggs, Cassie Cage, Melina, Devorah, äh, den haben wir noch, Kitana und Sonya Blade kämpfen mal gegen die Männer. Es sind übrigens viel mehr, ist das hier ein Mann oder was ist das? Okay, egal, ähm, und wir kämpfen einfach mal mit allen Frauen einmal und machen die Männer einfach mal platt. Wie komme ich drauf? Wegen dem FIFA und da heuen alle rum und egal, los geht's mit, mit Sonya im Major Blade Kostüm. Geheimagent, äh, ist nämlich hier, Geheimagent, spreng mal, ist egal, kann ich sowieso aus, Geheimagent, yeah! Oder das, Geheimagent, okay, los geht's! Gegen, ähm, gegen, gegen, schau mal, Sonya macht mal so richtig krass diesen Wichser hier. Pah! Okay, wir bleiben mal beim Mittel und würden sagen, los geht's mit dem ersten Fight! Fight! Go! Okay, Trainingsraum. Okay. Oh, ho, 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 ho! Oh Gott, ich hab schon ewig nicht mehr gespielt! Ach, okay, ich muss erstmal wieder reinkommen, das ist jetzt alles wieder... Ihr wisst ja, wie's läuft. Die ersten Kämpfe sind wieder richtig nubig und scheiße und, äh, ich geb mein Bestes. Ich geb mein Bestes, Leute. Ihr werdet natürlich die, äh, Move-Liste mal einblenden, weil, naja, ich bin richtig scheiße. Ähm, und da ich wieder zig Charaktere spiele, die ich eigentlich so nie spiele, umso schwerer. Okay, Large-Spiel. Mortal. Mortal, ihr merkt ja, ich sag ja gar nicht mehr Mortal Kombat X, sondern Mortal Cumbrex. Cumbrex. Das ist awesome. Okay, komm. Okay, okay. Oh, wie sie sich abseilt. Abseilen. Schlage... Schlage... Die sieht bad aus. Okay, warte, warte, bevor es hier losgeht. Chill, Junge. Bevor es hier losgeht. Gib mir ne Sekunde. Ich brauch kurz die Moves. Nein. Was ist das? Military State... Ge... Was? Ich hab die Moves noch nie... Oh, warte. Oh ja, die ist auf jeden Fall richtig wichtig hier. Der Finisher Target Market. Market. Okay. Ja, es würde reichen, oder? Ja, kurz die Kombos. Okay, XX, Y, Z, 3, 4. Fight. Wer ist da? Zack. Backkick. Alter. Okay, wir testen... Alter. Yes. Nein, Leute. Da hab ich grad was gemacht. Was ist das? Nein, das ist ne scheiß Attacke. Military. Was machst du denn, Sonja? Boah, ey, cool. Alter, ich will nicht weg von dem Strahl. Warte, mach mal deinen Move. Nicht... Was sind das hier alle? Das ist doch neu, oder? Schau mal, was im Trennungsraum abgeht. Schau mal, ihr betet einen Typ. Den kann ich sogar werfen. Aber jetzt ist erst mal... Warte, Kudelkahn. Warte mal, warte mal. Da. Fuck. Was war das denn? Sonja Blade, du hast es verkackt. Du hast den Ex... Ich tue das nicht mehr blocken. Okay. Oh, hier sind diese ganzen Holo-Dinge. Was ist... Boah. Ins Gesicht, Junge. Ba. Ba. Nein, der Move ist... Der Move gra... Der macht mich platt. Oder auch nicht. Alter, war das knapp. Der hat gewonnen. Fuck. Okay. Okay, vielleicht soll ich weniger rumschreien, mich mehr konzentrieren. Null. Das war fucking awesome. Ich hab grad so ein Special Move gemacht. Warte mal, mach den an. Nein, nicht das, Sonny. Sonny. Das Problem ist, die tut die Gegner so krass auf Distanz werfen, dass du halt überhaupt nicht mehr... Du musst erst mal wieder in die Rang... Aber das ist jetzt wirklich... Boah. Der Move ist... Ich weiß gar nicht, wie ich den mache. Ist das der Arc Kick? Ne, das ist... Arc Kick ist... Nein, das ist nicht der... Alter. Lass mich. Ich bin ne... Ne. Hier gibt's keine... Frau oder Mann. Das ist scheißegal. Hier ist einfach nur Fight, Leute. Wie... Wer Mad Max gesehen hat, ja, der weiß, wie cool einfach nur, wie badass weibliche Charaktere auch sein können. So ist es in FIFA, so ist es in Mortal Kombat, so ist es überall. Und so sollte es auch immer sein. Und jetzt... Da. Okay. Wie setzt ihr uns hier für Frauen ein, Leute? Moment, das sollte man nicht mal... Wer kommt auf die Idee, dass sie mich mal... Oh. Das ist selbstverständlich. Okay. Und... Und... Okay. Code, come. Wie geht's dir so? Wie geht... Wie geht's dein Rücken? Schau mal, wie der grad ne... Den Move. Den Move. Alter. Bah. Nein. Ey, man... Ne, ich glaube, ich bin jetzt hinten auf dem Bildschirm. Unser Kampf abge... Schau mal hinten auf dem Bildschirm. Wie geil ist das denn? Das ist mir noch nie aufgefallen. Okay, ich mach grad nur Bullshit. Ey, hier übrigens toller Boden, unser Freund, den wir geschmissen haben. Da liegt er, Alter. Okay, Nico und Kano bist... Alter. Er denkt, er hat den Buddy und könnte mich damit beeindrucken. Aber ihr wisst ja, wie's läuft. Sonja lässt sich nicht beeindrucken. Oh. Okay. Okay, warte. Okay. Ba, 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 ba. Nein. Hallo. Och, komm, ey. Diese wichs Fatalities. Die hab ich auch noch nie gemacht, glaub ich. Warum ist das jetzt kaputt gegangen? What the fuck? Okay, Leute. Erste Fight gewonnen. Wir sehen uns im nächsten Fight. Bis gleich. Okay. Kitana. Gegen... Fucking... Shit... Shino... Shit Shino... Ist eigentlich ein geiler... Shit Talk. Shit Talk. Okay, warte. Warte. Shit... Chill. Alter, das ist der mit dieser Billow-Attacke. Alter. Ich hab meine Moves gar nicht ausgewählt. Warte, machen wir in der nächsten Runde. Äh, in der Rück... In der Rückrunde, ja. Alter, du bist so ein Monoskiller. Lass mich. Boah, du... Genau. Trinkt das, du Fichser. Bah. Nein. Kitana, was... Was tust du da? Alter, der Move ist so billig einfach. Ernsthaft. Ich probiere hier wenigstens... Alter, nice. Nice. Bah. Wehe, du machst den Move wieder. Okay, sehr... Und jetzt grab den. Nein. Okay, grab den. Alter. Au. Wir haben schon gewonnen. Das ging easy. Okay. Wedel dir Luft zu. Und jetzt gib mir eine Sekunde, weil ich will natürlich auch die fetten Moves zeigen. Rising Fan. Oh shit, alter. Ich hab jetzt gar nicht unter Kontrolle hier. Ich bin aufgeregt. Throat Slice. Uprace. Glaive Throw. Okay. Shadow. Kick Staff. Okay. Und ganz wichtig. Okay, das sieht ja wohl machbar aus hier. Warte, ich hab zu viele. Das brauch ich nicht. Geh weg. Okay. 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 Uprace. Da. Alter, du bist so... Das verdienst du einfach nur. So, jetzt. Alter, mich nimm die Gurke, ey. Ja, die Schwerte waren nicht ganz drin. Jetzt sind sie einmal hinten nochmal durch. Okay, Staff Grab. Lol. Ich will ihn wieder aufspießen. Spieß ihn auf. Nein. Kitana, du hast du... Okay, Alter. Spieß ihn auf. So. Das ist so ein Mono-Skiller. Das... Und ich krieg den... Sie hat den grad in der Hand. Jetzt. Okay. Wie geht das andere da? Okay, da wird wieder der Stab. Lass das. Das ist so... Ernsthaft, Bitch. Ernsthaft. Oh, Gott. Ich hasse ihn. Ich hasse diesen Wichser so sehr. Oh, Gott. Okay, komm her. So. Ja, im Tornado. Das ist noch einmal. Das ist für den Move, den du grad... Da! Ich hab die X-Ray verfeh... Gott! Lol, das ist mein Move. Wie hat der denn gemacht? Grab den. Zack! Okay, muss ich konzentrieren. Bah! Nimm den Stab! Nimm ihn! Oder so. Oh, Gott. Oh, Gott. Der Move ist assi. Grab ihn. Grab... Okay, sehr schön. Schöne... Jawohl. So, stell hin. Bevor... Wie kann der meine Moves machen? Das ist... Ist das dem seine Special... Special Ability? Oder was ist das? Shadow Kick. Nein, du machst alles... Okay, sehr gut. Kitana. Wir müssen hier gewinnen. Oh, Gott. Ich will die Fatality zeigen. Was? Ich will ne Revanche. Ach, komm, fuck off. Okay, ich will ne Revanche. Ich will... Ne Revanche. Ich will dem die Fatality... ...mitten ins Gesicht geben. Erneut versuchen. Leute, die Fatality. Die will ich machen. Okay. Okay. Warte. Moment. Ich will es nicht verkacken. Finishing. Mit Lockheer. Runter. Yes. Yes. Ja. Oh. Na, wie geht's... Haha. Wie geht's am Kopf? Wie geht's am... Okay. Oh, da ist der Kopf. Und die Finger. Ne, die sind doch nicht da. Oh, das ist aber ärgerlich. Wir sehen uns im nächsten Kampf, Leute. Okay. Devorah gegen Liu Kang. Okay. Ich hab Angst vor dem Typen. Der ist nämlich eigentlich richtig, richtig gut. Aber Devorah ist auch... Devorah hat auch die Moves. Sollte, checken wir erstmal deren... Oh. What the fuck? Ach. Lol. Okay. Das wird ein Fight. Komm her. Nein. Nein. Komm her, komm her, komm her. Alter. Da. Ich wollte hier grad... Gib mir ne Sekunde. Warte. Nein. What the fuck? Nein. Ja. Was? Was? Okay. Ne Sekunde. Gib mir ne... Bitte, Leute. Ich brauch Crawler. Zeugs. Okay. Finish. Okay. Der ist ja... Alter. Der Finish ist ja easy. Okay. Warte. Nein. Wisst ihr, was jeder kann? Lol. Wie kann man das denn verfeh... Der macht mich fett. Ah, habt ihr... Legt nochmal so ein Ding auf den Boden. Das wird... Alter, das wird der Untergang. Liu Kang. Alter. Aber Liu Kang ist halt auch cool. Weißt du, dem will ich eigentlich... Ja. Bach. Bach. Nein. Ja. Boah, das ist wohl am Ende aber nochmal richtig... Okay, warte schon mal. Wie die da beten. Da im Hintergrund hinten rechts. Schauen wir, wie sie beten. Da. Hör auf zu beten, jo. Shit. Alter. Nice. Liu Kang. Ich hasse ihn. Er ist so stark, Alter. Er ist einer der Stärksten im ganzen Spiel. Und gegen... Aber wir sind gerade ganz gut dabei mit der... Fucking Devorah. Sehr schön, Devorah. Grab den. Sehr schön. Und in die... Ja, Alter. Hey, das ist einmal mit durch die Luft. Zack. Alter. Der Move ist... Ich block auch gar nicht mehr. Ihr merkt schon, ich spiel irgendwie übelst... Okay, komm her. Nein. Ja. Ja. Die Fatality. Kommt. Oder war das... Ne, warte mal. Unentschieden erst, oder? Shit. Weil ich hab da oben schon den halben Kreis gesehen und dachte schon, okay. Aber da haben sie gleich mit eingerechnet, bevor der Kampf eigentlich überhaupt zu Ende war. Das ist doch... Ne, warte. So, schön. Schön, Devorah. Die ist ja auch irgendwie schön, wisst ihr. Die hat so ein... Also irgendwie ist sie am Ekel und gleichzeitig ist sie irgendwie attraktiv. Das ist... Was machst du denn? Ihr... Gott. Ich block, ich block, aber es interessiert ihr nicht. So, das ist für dich, Bitch. Nein. Oh Gott, das wird nix. Ich wollte euch die... Ich würde die Fatality eigentlich zeigen, Leute, aber es wird nix. Dann müssen wir uns nochmal richtig... Richtig... Gas geben. Nein. Nein. Okay. Oh, er macht wenigstens. Okay, das ist in Ordnung. Okay. Oh. Oh, Devorah. Es tut mir leid, aber... Alter, okay. Bist du fertig? Okay. Hammer eklig. Vom nächsten Kampf. Okay, Leute. Melina wird's richten gegen... Scheiße. Wie heißt der überhaupt? Wie heißt der überhaupt, mein Freund? Hat der... Kung... Lau... Kung Jean. Nicht Kung Lau. Bah. Mit Melina. Die ist ja irgendwie auch übelst eklig. Ich dachte ewig, die ist voll schön, aber sie ist hammer eklig wegen ihrem Mund und so. Und jetzt gibt mir nochmal kurz... Ihr wisst ja, wie soll ich... Ich brauche einfach... Alter. Die Moves. Die Moves. Irgendwann kann ich mir die hoffentlich merken. Irgendwann wird der Tag kommen und dann bin ich vielleicht nochmal gut in dem Spiel. Okay. Ne. Der Tag wird wahrscheinlich nie kommen. Telekick. Wie geht die Telekick? Nein. Das ist nicht Tele... Oh. Das ist Telekick. Warte mal. Nein. Okay. Der ist voll behindert. Ball. Okay. Hau die. Alter. Ja. Beiß ihm. Einfach. Okay. Beiß einfach durch die Scherde dicke durch und... Alter. Der Typ ist absolut... Das ist eigentlich eine Vertellung. Ich weiß nicht. Der... Okay. Wir haben es noch nicht geschafft. Hi. Pa... Paus. Gib mir eine Sekunde zum... Zum Verschnaufen. Sehr schön. Alter. Sehr schön. Okay. Da. Das war scheiße. Oh. Das war... Okay. Das war doch nice. Das... Ich dachte schon, ich hätte... Weiß... Okay. Melina. Die Moves hast du aber... Okay. Gib mir das, was du gerade gemacht hast. Das. 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 Okay. Ich sollte nicht immer dasselbe machen. Das. Lol. What the fuck? Okay. Warte. Lol. Ich bin einfach über den Drüber gejumpft. Das hat... Was ist das für ein Move? Der macht doch nicht mal Damage. Okay. 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 Warte. Wie geht das da? Nein. Nein, das. Okay, Alter. Der kann ja gar nichts. Kungjin ist so ein Lappen. Und bleib unten. Bleib unten, mein Freund. Komm, bleib unten. Komm. Nein. Der Moves allerdings. Gargum. Okay, Kungjin. Chill, chill. Nein. Bah. Nein. Wann? Boah, das ist so behindert. Da will man den Finisher machen, dann schlägt die nochmal. Mit so Bill... Gott. Okay, Leute. Melina, habe ich wenigstens gewonnen. Nächster Gang. Okay, Leute. Jetzt gehe ich mit meiner Lieblings-Heldin hier an den Start. Cassie Cage. Gegen einer der coolsten Helden hier in dem Spiel. Oh, was heißt Helden? Eigentlich ist er gar... Warte. Aber ich brauche trotzdem... Ihr wisst ja nicht. Ich brauche... Ich bin... Ja, es ist... So, warte. Na... So, okay. Takedown. Eigentlich kann ich die... Eigentlich... Außer... Okay. Okay. So. Cassie Cage. Okay, warte. Glow Kick. Ja, das ist dein... Das sind die Moves hier. Nein. Aber wir kämpfen gegen die Besten der Besten. Das ist in meiner Meinung nach. Hier in dieser Folge. Eine... Frau fehlt uns noch, aber... Aber jetzt erst mal mit... Sehr schön. Immer links. Oh. Und... Fuck. Okay, ich habe die... Das müsste... Ich sollte nicht immer den selben Move machen. Oh, oh. Er hat es gecheckt. Er hat es gecheckt. Oh, Gott. Das wird nochmal knapp. Oh, Mann. Ja. Der... Oh. Ho, ho, ho. Warum hat die gerade nachgeladen? Ich habe doch keine Ahnung. Habe ich... Doch, ich habe einmal geschossen. Tatsächlich. Glow Kick. Okay, das wollte ich gar nicht. Okay, mach den Glow Kick. Der Glow... Alter. Der Move von Skorpion ist so einfach und so geil. Dieser mit den zwei Schwertern. Das ist so eine... Nicht teleportieren, Skorpion. Ich jump die ganze Zeit so dumm durch die Gegend. Block, mehr Block. Ich drücke euch die falsche Taste für Block. Das ist... Ach, das ist Block. Ey. Es ist lang her, mein Freund. Es tut mir leid. Es ist lang her. Nein. Ich möchte das haben. Fuck. Hättet ihr... Oh. Der... Der Move ist einfach awesome. Komm, gib ihm. Skorpion ist viel zu stark. Alter. Okay. Grab. Batsch, bitch. Slap. Und zwischen die Beine. Sehr schön. Bam. Okay. So. Wie muss der Abstand vom Finisher sein? Mittel. Eins. Okay. Oh, warte. Nein. Oh. Yes. Dein linker Sonnrecht ist bei meinem Freund. Und einmal in den Kopf. Oh, warte. Da ist, glaube ich, ein bisschen Blut. Ähm, nur ein bisschen. Warte. Warte. Ich mach das mal. Okay. Jetzt geht sie wieder besser. Okay, doch nicht. Scheiß drauf. Cassie. Ich liebe sie. Okay. Der letzte Kampf. Jackie Briggs. Gegen Aaron, bitch. Ich hasse Aaron Black. Ohne Spaß. Ich glaube, der kommt jetzt in jede Folge einfach rein, um ihn zu verprügeln. Ich hasse ihn. Schaut euch ihn an. Der sieht so kacke aus. Komm. Ich habe ihm sogar ein Outfit gegeben, wo er so, weiß ich nicht, seine nicht vorhandenen Muskeln zeigt. Alter. Hör auf mir. Okay. Ich habe meine Moves nicht. Okay, warte. Ich brauche das nicht. Alter. Vielleicht brauche ich es doch. Wir machen die erste Runde ohne Liste. Zack. Das. Ha, ha, ha. Deinem Magen habe ich jetzt gerade mal ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Und da. Der Rücken. Nice. Zack. Das ist aber auch nur verdient. Aaron, bitch. Ich hasse ihn wirklich. Er ist wirklich so. Was wirfst du auf den Boden? Da steigst du. Glaubst du nicht? Geh das noch hin. Weil du was auf den Boden geworfen hast. Zack. Zack. So, jetzt. Jetzt aber aus der Luft. Vergiss es. Nicht. Okay. Die sind ja alle voll simpel. Single Barrel. Double. Low. Blow. Blowjob. Okay. Forces. Rush. Okay. Round 2. Fight. Bionic. Okay. Was ist Bionic? Bäh. Got it. Strike. Nein. Das ist nicht. Das ist. Was macht die denn da? Die macht nicht das, was ich ihr sage. Nein. Jackie. Das war es gerade. Boah. Ich bin einfach über die Dinger drüber gelaufen, weil es sich einfach nicht juckt. Was ist der für ein Bullshit da? Bäh. Auf dem Boden. Auf dem. Psch. Bo. Warum krabbelt der auf mich drauf? Nicht mich anfassen. Du hast nicht darum gefragt. Ich habe kein Date. Gott. Alter. Der Muff ist. Okay. Na. Blown out. Oh Gott. Den kann man leicht verkacken, weil wenn man nah dran steht und ich mit Y meinen Schlag mache, dann... Okay. Mal schauen, wie ich den nochmal verteilt habe. Bam, 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 bam. Yes. Oh. Die kenne ich gar nicht. Alter. Einfach mal den Rücken aufgesprengt. Alles klar, Leute. Das war es dann mit einer... Ich bin schon fix... Ich weiß nicht. Bei Model Combat Extra ist alles auf... Ihr merkt, die Let's Plays sind übelst aufgedreht. So bin ich normalerweise eigentlich nicht drauf. Ich bin schon sehr emotional, aber so wie hier... Alter Vater. Ich hoffe, ich habe keine vergessen, keine Frau. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge sind natürlich die Männer dran. Da suche ich mir ein paar Leute raus, die die Frauen noch verprügeln. Und wehe, da kommt dann einer und sagt... Hey, du verprügeltst du ja Frauen. Wir haben gerade mit Frauen Ärsche zerrissen. Wir haben... Wie viele verteilt haben wir gemacht? Vier? Oder drei? Wir haben die gekillt. Das haben wir in der nächsten Woche natürlich auch. Gleiches Recht für alle. Wir sehen uns morgen. Äh, was heißt morgen? Irgendwann die Tage. Schaltet einfach ein zu Model Combat X. Model Combat X. Oh Gott.